Im vergangenen Jahr wurden in Europa so viele Windparks gebaut wie nie zuvor. Doch das reicht nicht, um die EU-Ziele für grüne Energie zu erreichen. Turbinen werden immer größer, die Getriebe und Antriebsstränge auch. So wie die Testanlagen. ZF-Windpower-Geschäftsführer Felix Hänseler führt durch das Werk in Lommel. Die EU hat das Windkraftpaket auf den Weg gebracht, um den Ausbau der Windindustrie zu beschleunigen. Felix Hänseler zufolge ist eine Verdopplung der Produktion zwar unrealistisch, aber einige Fabriken seien nicht ausgelastet. Was bedeutet, dass es Raum für schnelles Wachstum gibt, sobald Aufträge eintreffen. Er ist bereits Kapazität in der Markt, die wir nutzen können, um zu rampen. Es ist ambitious, aber in general nicht möglich zu erreichen. Aber wir müssen jetzt beginnen. Wir haben alle die Tools in Hand, auch mit dem Windkraftpaket, das letzte Jahr wurde aus der Europäischen Union geöffnet, und alle Mitglieder der Europäischen Union agreed. Ist es frustritten, dass es jetzt jetzt kommt, am Ende 2023? ZF Windpower produziert Antriebsstränge für Vestas, den weltweit führenden Hersteller von Windkraftanlagen. Morten Dierholm, der Senior Vice President des dänischen Konzerns, fordert einen Abbau der Bürokratie in Europa. Der Anteil der Windenergie am europäischen Stromverbrauch beträgt 19 Prozent. Genug, um den gesamten Stromverbrauch Portugals zu decken. Ziel sind 30 Prozent bis 2030. 26 EU-Länder haben inzwischen die Windcharta unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die im Windkraftpaket beschriebenen Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehören die Straffung der Genehmigungsvorschriften, die Verbesserung der Auktionen durch Preisindexierung und Verringerung der Probleme, durch die steigende Inflation, sowie Investitionen in Häfen und Netze. Für den Branchenverband WindEurope mit Sitz in Brüssel sind das gute Neuigkeiten. Wunderschöne, es wird leichter zu bekommen, für neue Windfarms zu bekommen. Es war sehr schwierig. Es war sehr legal und bürokratisch. Die Europäische Union hat jetzt neue Regeln zu verbessern, um die Vermittung zu verbessern. In Germany and in Spain, last year, they awarded 70 Prozent more permits for onshore wind than they had done in the previous year. But we're facing competition now from Chinese wind turbine manufacturers. How fierce is the competition? Very fierce. They are coming in, offering lower prices than what we offer. They know what we offer, and they undercut us. And they offer very generous financing terms. They say you do not need to pay us for three years. Deferred payment. We're not allowed to offer that. Auch bei kritischen Rohstoffen ist China besorgniserregend dominant. Today, we depend on China for rare earths that are in the permanent magnets in many of our wind turbines. The EU wants to reduce our dependency on China, diversify the supply. The industry wants that as well, and we're working with the EU to try and make that happen. Source these materials from other countries. Even expand the European supply chain for these materials. Time is of the essence if Europe's wind industry is to realize its full potential, not only in terms of the energy produced by the wind, but keeping control of its supply chain and manufacturing. See you next time on Business Planet. Business Planet.